Zwei unseres Experiments sag's mir ins Gesicht. Gestern Abend hat sich ja schon der Chefredakteur von ARD aktuell, also der Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen, ihren Fragen gestellt und heute werde ich das tun. Es ist ja ein kleines Experiment. Das Social-Media-Team von Tagesschau.de hat festgestellt, dass die Verruhung im Netz doch sehr zugenommen hat und dass die Kommentare teilweise einfach auch übel sind und Menschen schon mit viel Hass überschüttet werden und Beleidigungen. Und ich habe das auch schon viel erfahren und wir haben uns gefragt, ob das eigentlich zielführend ist, wenn man sich immer nur gegenseitig gemeine Sachen an den Kopf wirft und haben uns gefragt, ob man eigentlich, wenn man direkt miteinander diskutiert, auch so übel miteinander umgeht oder ob man dann vielleicht zu einer besseren Diskussionskultur kommt. Ich selber arbeite ja nicht für die Tagesschau, sondern, vielleicht kennen Sie mich von Panorama oder von Zapp, ab und an mache ich einen Kommentar in den Tagesthemen, wie viele andere Journalisten der ARD auch und darauf hagelt es natürlich oft viele Kommentare. Darunter sind ganz viele wirklich reizend und nette, aber eben auch oft welche, die ganz schön beleidigend sind. Und wir haben uns immer gefragt, ja, wer ist denn das? Weil es ist so ein bisschen komisch, wenn man jetzt selber im Fernsehen ist, dann kennen Sie ja mein Gesicht und Sie wissen, wer ich bin und dann beleidigt mich jemand. Aber ich weiß ja nicht, wer derjenige ist. Das heißt, wenn man sich jetzt auf der Straße treffen würde, dann wüssten Sie, ah, das ist die, deren Meinung ich nicht teile oder die, die ich blöd finde, aber ich weiß das nicht. Und das ist auch ein bisschen feige. Deswegen haben wir uns gefragt, trauen Sie sich heute auch direkt hier anzurufen, über Video, über Skype und auch Ihr Gesicht zu zeigen und zu sagen, was Sie stört. Wenn Sie das tun wollen, dann tun Sie das gerne. Und da sagst du mir ins Gesicht, at tagesschau.de, sagst du mir ins Gesicht, immer mit Bindestrichen dazwischen. Und ja, mal sehen, was sich heute so tut. Wie ich gehört habe, haben wir auch bereits einen Kollegen, einen Skyper. Hallo, schönen guten Abend. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ja, mein Name ist Andreas Pratbock, ich komme aus Köln. Hallo. Grüße Sie. Und? Ja, erstmal sonnige Grüße aus Köln. Und ich muss Ihnen gleich zu Anfang sagen, ich hasse Sie garantiert nicht. Ganz im Gegenteil, ich wertschätze Ihre Arbeit als Journalistin. Aber das große Problem, was ich habe oder was in letzter Zeit im deutschen Fernsehen leider sehr häufig auftritt, ist, dass die Journalisten dort und insbesondere Sie sehr arrogant und sehr belehrend wirken im Fernsehen. Ich kam mich noch an diese Ansprache, in welchen Zusammenhang, also es ging halt um die Flüchtlinge. Ich fand das, was Sie gesagt haben, Sie haben absolut recht gehabt. Aber leider, was ich so im Freundeskreis gehört habe und was auch immer wieder gesagt wird, Sie wirken sehr kühl, sehr arrogant und sehr belehrend. Und das spiegelt sich halt auch wieder, wenn Sie in Politalkshows auftreten oder in anderen Formaten. Ja, das ist natürlich blöd, weil belehrend will ich natürlich nicht wirkend und ich will auch nicht arrogant wirken. Aber vielleicht liegt es auch manchmal einfach an diesem Medium Fernsehen und dann an dem, was ich sage. Und dann steht man in so einem Studio und dann ist da nur eine Kamera und dann ist man auch so ein bisschen steif, weil man eben nie ein Gegenüber hat. Und dann kann es natürlich leicht arrogant wirken. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass wenn man so einen Kommentar spricht, dann muss man ja auch dann so eine Botschaft drüber bringen. Und dann hat das wahrscheinlich auch bei manchen vielleicht eine belehrende oder moralinsaure Wirkung. Aber ich habe früher aber gehört, ich soll mehr lächeln. Aber ich weiß nicht, manchmal ist einem auch nichts zum Lächeln zumute, wenn die Themen so ernst sind. Das ist richtig, genau. Das sehe ich auch so. Also, ja, Sie sollten sich mal auf YouTube suchen. Haben Sie denn schon mal kommentiert bei uns? Oder sich schon mal gegen Hasskommentare selber zur Wehr gesetzt? Ja, unter anderem auch. Unter anderem auch, weil Hasskommentare, die Definition weiß ich nicht. Da kann ich mir noch nicht viel darunter vorstellen, was ein Hasskommentar denn eigentlich sein soll. Natürlich mit Kraft ausdrücken, das ist logisch. Aber so eine genaue Vorstellung habe ich nicht. Aber ich habe mich tatsächlich schon auf Facebook auch, wenn ich sehr vielen Hasskommentaren begegne. Ich kann mich auch daran erinnern, Sie hatten mal Hasskommentare, die gegen Sie gerichtet waren, vorgelesen. Ja, die gehen von bis. Also, da ist man, keine Ahnung, es ist ja immer völlig in Ordnung, wenn Menschen eine andere Meinung haben und einem die auch mitteilen. Das finde ich ja sogar spannend und gut. Nur in dem Moment, wo Kommentare eben so werben, dass Leute dann nur noch schreiben, du Schlampe, du gehörst vergewaltigt, ermordet, gejagt, verlass das Land, weiß ich nicht. Dann ist es natürlich nicht besonders angenehm. Genau, da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Und das, was da vorgelesen wurde, das geht auch absolut gar nicht. Und das verstehe ich auch unter einem Hasskommentar. Aber jetzt gibt es ja auch so viele, ich sag mal, Gruppierungen, die sich gegen Hass, also Hate Speech halt auflehnen, wie Ich bin hier von Facebook. Und da sehe ich das Problem, dass da gar nicht mehr so wirklich differenziert wird zwischen einem Hasskommentar und einfach einer freien Meinung. Naja, ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich jetzt hier mal gucke, was so gekommen ist, es ist immer interessant, das ist ja genau die Frage, die wir uns heute stellen. Bei Sag's mir ins Gesicht hat hier zum Beispiel jemand geschrieben, die Lügenbaronin ist online, das schreibt er aber nur und ruft eben nicht an. Oder Frau Reschke, die spaltet und hetzt wie keine Zweite. So, ja, trauen Sie sich doch und rufen Sie doch mal an. Ich danke Ihnen. Ich sehe das genauso. Ja. Ich danke Ihnen. Ja, danke schön, Frau Reschke. Gut, tschüss. Tschüss. Wir werden jemanden Neuen, mal sehen, ob derjenige sich traut. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Verraten Sie mir Ihren Namen. Daniel Kottmeier. Hallo. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin wirklich jemand, der nicht hinterm Zaun hält. Und ich halte Sie teilweise für ganz schön heuchlerisch. Ich glaube, Sie meinen es richtig, aber ja. Aber heuchlerisch, wieso, inwiefern? Zum Beispiel hier. Deswegen rufe ich eigentlich an. Ich habe vor 2015, Anfang 2015, dieses Plakat machen, habe das ins Internet gestellt und es wurde geteilt ohne Ende. Ja. Und es ging darum, dass ich der Meinung war, dass die Ursachen, die Fluchtursachen viel zu wenig angesprochen wurden. Und deswegen habe ich hier ausformuliert, warum meiner Meinung nach diese drei Politiker wegen Heuchelei gesucht werden sollten. Und hier ganz unten steht, die Flüchtlinge sind nicht das Problem. Ja. Jetzt gab es Anfang Oktober, haben Sie einen Beitrag gesendet, der hieß, besorgte Bürger radikalisieren sich. Und wie Sie hier sehen, ist hier mein Plakat. Ja. Jetzt hat jemand auf der Demo dieses Plakat ausgedruckt und inklusive dem unteren Teil dort mitgenommen. Aber Ihre Redaktion hat das Originalbild im Netz hergesucht und hat nur den oberen Teil zitiert. Und das finde ich jetzt... Naja, also den oberen Teil haben wir deswegen, kann ich Ihnen genau sagen, den haben wir deswegen genommen, weil wenn man das ganze Plakat nimmt, sieht man es gar nicht. Und es ging ja in dem Moment, ich weiß es noch genau, ich erinnere mich an den Beitrag, das war 2015, glaube ich, und wir waren doch so ein bisschen erschrocken darüber, wie radikal die Stimmung ist und dass sie teilweise sich wirklich gegen den Staat und ein richtiger Widerstand gegen den Staat sich formiert. Und da ist natürlich bei einer Demonstration, bei der dieses Schild hochgehalten wurde, wo Wanted, und dann hast du drei Politiker, Bundespräsident Frau Merkel und den Vizekanzler auf diesem Bild, dann ist es natürlich, das hat sowas von Wanted, ist natürlich das alte Bild von gesucht aus dem Wilden Westen. So, das ist natürlich auch eine harte Aussage, die sie da getroffen haben. Das hat sich jetzt ja gar nicht gegen sie gerichtet, sondern es war nur ein Bild dafür, und dafür haben es auch die Demonstranten vermutlich verwendet, zu zeigen, wie sehr sich Bürger mittlerweile gegen den Staat und gegen das System wenden. Aber die Demonstranten haben den unteren Teil nicht weggeschnitten, das war dann doch die Panorama-Redaktion, und zwar ihr Grafiker. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben den unteren Teil, wir haben es nur nah herangefahren, wir haben es nicht weggeschnitten, das klingt ja so, als hätten wir es absichtlich manipuliert, weil für uns ging es ja um das Wanted, und das ist ja schon auch, das haben Sie ja auch damit, Sie haben ja ganz bewusst wahrscheinlich dieses Bild gewählt, oder? Ja, ja, klar, aber Sie haben ja das Originalbild hergesucht, das ist ja kein Screenshot aus dem... Aber was wollten Sie denn mit Wanted ausdrücken, weil das ist ja ein Bild des Wilden Westens, wo sozusagen jemand für vogelfrei oder zumindest zur Verhaftung freigegeben ist, oder? Ich finde es einfach extrem heuchlerisch zu sagen, wir sind jetzt irgendwie die großen Flüchtlingsfreunde und wir sind so wohltätig und wir nehmen alle auf, aber dann ständig Waffen nach Saudi-Arabien exportieren, Handelsembargos gegen Syrien, Waffen nach Afrika exportieren, Freihandelsabkommen mit Afrika, die im Endeffekt die afrikanische Wirtschaft ruinieren, Fangflotten, die die afrikanischen Küsten leeren, und das wird jetzt nicht thematisiert. Das stimmt nicht, das haben wir ganz oft thematisiert, aber trotzdem nochmal die Frage, weil dieses Wanted, das ist ja genau sowas, das ist ja sehr brutal im Bild, oder? Finden Sie nicht? Weil man jetzt sagt, okay, die gebe ich quasi zum... Nein, 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 Moment, Moment, da steht nicht, dass man die... Zum Gesuch frei, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay. Ja, gut. Also Wanted ist doch das Bild aus dem Wilden Westen. Ja, schon, ja klar, weil es eben wegen Heuchelei, das ist der Vorwurf. Und darum geht es im Endeffekt, dass diese Heuchelei einfach nicht thematisiert wird, auch in den ganzen Talkrunden, egal, wenn man sich anschaut, es wird nie über die Fluchtursachen gesprochen. Das heißt immer nur, was machen wir mit den Flüchtlingen, wo tun wir sie hin, aber es geht nie darum, dass man die Fluchtursachen angeht. Und das muss ich Ihnen auch vorwerfen, dass Sie da meiner Meinung nach zu wenig darüber geredet haben. Also beispielsweise über die Waffenexporte nach Saudi-Arabien haben wir ganz viel gesprochen, zum Beispiel. Aber ich glaube, jetzt verfransen wir uns schon im Detail. Ich danke Ihnen aber, dass Sie angerufen haben und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aufklären. Danke, wir haben den Nächsten. Tschüss. Okay, wir haben nicht den Nächsten, wie ich gerade hörte, aber es kam ja eben die Frage auf, wie denn eigentlich Hate Speech überhaupt definiert werden soll. Und da haben wir mal ein Beispiel für. Und da haben wir mal ein bisschen gere видели. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Entschuldigung, wir waren, glaube ich, kurz offline, bzw. das Programm war abgestürzt, aber wir versuchen, dass es jetzt gut weitergeht. So, mittlerweile haben Sie hier auch ein paar nur schriftlich wieder geäußert. Das ist schon interessant, dass natürlich die, die Sie schriftlich äußern, immer krasser sind. Die redet ein müllarrogantes Weibstück, schreibt Gisela Werner, aber anrufen tut sie nicht. Aber ich glaube, wir haben wieder jemanden in der Leitung. Tatsächlich, hier. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Ich sehe auch, sehr gut. Verraten Sie mir Ihren Namen. Ja, mein Name ist Thomas Bratke. Hallo, Herr Bratke. Ich finde jetzt wirklich toll, dass ich mal mit Ihnen sprechen kann. Also, es gibt ja diverse Videos von Ihnen bei YouTube. Ich weiß nicht, sehen Sie die eigentlich selber auch an oder ignorieren Sie sowas? Mal so, mal so. Also, es sind mir mehrere aufgestoßen. Ich möchte mal anfangen mit dem Fahrstuhl-Video. Sie wissen sicher, was ich meine, wo Sie da erklären wollen, dass Volksentscheide ja nicht so doll ist. Nicht erklären. Ich habe nur meinen Kommentar quasi, meine Meinung dazu gesagt. Ja, aber sehen Sie denn da nicht den Inbegriff von Demokratie? Denn Demokratie, den Begriff muss ich Ihnen ja nicht erklären, wo der Sprachlich herkommt und was er bedeutet. Nee. Das Volk soll doch bestimmen. Demokratien, das... Genau, das Volk soll bestimmen. Ich glaube aber eben nicht, dass Volksabstimmungen bei so großen Fragen, darum geht es ja eher, das richtige Mittel dazu sind. Das ist aber auch nur meine Meinung. Also, ich sage nicht, dass das so sein muss. Meine Meinung ist, dass bei großen Fragen wie Brexit eine Volksabstimmung was Schwieriges ist. Weil ganz viele Menschen abstimmen, ohne sich mit einer Sache tief auseinanderzusetzen. Und auch natürlich verführt werden die eine oder andere Sache. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Volksabstimmungen in kleinen Bereichen, in regionalen Bereichen super sind. Ich halte aber ganz viel von Volksbeteiligung. Ich würde es nur anders machen, als durch eine Volksabstimmung. Ja, das war mir dann... Aber haben Sie denn damals auf den Kommentar auch wütende Kommentare geschrieben? Auf mein Fahrstuhl-Video? Nein. Schreiben Sie überhaupt wütende Kommentare? Ich schreibe, sagen wir mal, kontroverse Meinungen. Aber ich werde da niemals unsachlich. Es ist so ein bisschen so ein Hobby von mir, dass ich, ich nenne es mal, kampfhaft Linke, die mit aller Gewalt das so gut finden wollen, was da jetzt gerade läuft. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht gut. Und ich weiß nicht, welche Einstellung man haben muss, um das weiterhin gut zu finden. Ich möchte noch mal vorausschicken, ich habe schon 1990, da hatten wir auch schon mal eine Flüchtlingskrise, als der Jugoslawien-Krieg in Anführungsstricken tobte. Da habe ich aus einem Nachbar-Containerdorf eine Familie rausgeholt und geholfen, wo ich konnte. Aber das, was jetzt passiert, offene Grenzen, Einreisen von unkontrollierten Menschen, von denen man nicht weiß, was der Hintergrund ist, das führt diesen Staat an den Abgrund. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist eine ganz logische Sache. Es gibt zwei Meinungen. Es gibt tatsächlich andere Meinungen dazu. Aber ich danke Ihnen. Ich will Ihnen sagen, ich bin von der Basis. Ich bin fast 40 Jahre Polizist gewesen. Ich weiß, was auf den Straßen abgeht. Ich weiß, wie viel von dem, was in den Mainstream-Medien veröffentlicht wird, nicht der Wahrheit entspricht. Ich weiß, wie alles geschönt wird. Ich weiß, wie Statistiken geschönt werden. Aber Sie als Polizist haben doch auch einen ganz bestimmten Blick, weil Sie doch logischerweise viel mit Kriminalität zu tun gehabt haben, als vielleicht jemand anderes, oder? Das ist doch, jeder hat doch auch immer seinen Blick. Also die ultimative Wahrheit haben doch weder Sie noch ich. Was wollen Sie denn damit sagen? Die ultimative Wahrheit ist, dass, wenn man nur die blanken Zahlen nimmt, es gibt ja da widersprüchliche Angaben. Die Regierung hat veröffentlicht 890.000. Das stimmt hundertprozentig nicht. Ich schätze mal, das ist eine Zahl von 1,5 bis 2 Millionen. Aber wenn man nur von einer Million ausgeht... Gut, aber wenn Sie natürlich keine Zahlen glauben, dann ist es ja sehr schwierig, ne? Nein, ich möchte das nur an einem Beispiel veranschaulichen. Es gab ja auch dieses berühmte Video von Justizminister Maas, wie er sagte, das war dann, ich glaube, 2015 noch, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Flüchtlinge irgendwie terroristische Tätigkeiten hier bei uns verliegen. Und da wusste ich nur, 2015 wusste ich schon, dass es richtig knallen wird. Weil wenn man die Zahlen runterrechnet, nur ein Prozent, ein Prozent von diesen Terroristen, es können auch 0,1 Prozent sein, dann sind es immer noch Tausend, die gewaltbereit und sich eine Sprengstoffweste anziehen würden. Und diese Gefahr ist einfach nicht mehr zu händeln. Selbst wenn jetzt ein radikaler Politikwechsel erfolgen würde, man könnte das nicht mehr gerade rücken. Das würde Jahrzehnte dauern. Ich glaube, darüber könnten wir beide jetzt trefflich wahrscheinlich zwei Stunden diskutieren. Aber wenn es in Ordnung wäre, würde ich das jetzt gerne an dieser Stelle beenden, weil wir jetzt in so eine tiefe politische Debatte reingeraten und ich noch ganz viele weitere Anrufe habe. Aber ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie angerufen haben. Ich glaube, dass Sie fühlen, dass ich so im Ansatz stehe. Naja, da kommen wir jetzt natürlich von Hölzchen auf Stöckchen und verfransen uns wahrscheinlich. Aber trotzdem, vielen Dank. So, wir haben sag's mir ins Gesicht at Tagesschau.de. Das ist der Name über Skype, über den Sie uns erreichen können. Und soweit ich weiß, haben wir jemanden Neuen in der Leitung? Ja, hallo. 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 Sagen Sie mir Ihren Namen. Oliver Janich ist mein Name. Hallo, Herr Janich. Hallo. Also ich kann aushelfen dem vorigen Anrufer mit den Zahlen. Da waren Sie sich ja beide nicht so sicher. Wenn man die offiziellen Zahlen vom BKA nimmt, dann sind Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge bei Gewaltdelikten 15 Mal krimineller als Leute mit deutschem Pass, bei Sexualdelikten 8 Mal krimineller und bei Truppenvergewaltigungen sogar 19 Mal krimineller. Und Sie haben selber in mehreren Sendungen gesagt, dass Flüchtlinge nicht krimineller sind. Und selbst wenn man das rausrechnet, dass das vor allem junge Männer sind und man das berücksichtigt, sind Sie immer noch wesentlich krimineller als der Durchschnitt derjenigen Leute mit deutschem Pass. Also ich muss kurz... Meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Nee, ich lüge nicht bewusst. Aber das ist tatsächlich, deswegen danke ich Ihnen sogar, dass Sie mir das sagen, weil das tatsächlich eine sehr häufige Behauptung ist. Ich glaube, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen der Aussage, die ich getätigt habe, und der Aussage, die Sie tätigen. Ich bin ja nicht weltfremd. Ich weiß auch, dass natürlich Ausländer auch kriminelle Straftaten begehen. Vollkommen klar. Was ich damals gesagt habe, ist, Ausländer sind nicht krimineller als Inländer. Und das bezieht sich ganz klar auf eine rassistische Äußerung, weil man nämlich behauptet, irgendjemand sei krimineller, weil er aus dem Ausland kommt. Also die, die von irgendwo kommen, die sind krimineller. So, da habe ich gesagt, nein, das ist Unfug. Dass wir natürlich Probleme heute haben, ist doch vollkommen offensichtlich. Und natürlich ist es so, dass wenn eine Million Menschen mehr ins Land kommen, steigt auch die Zahl der Straftaten. Und natürlich ist es so, dass die Gruppe der Menschen, von vielen, die gekommen sind, wenn man eben gerade, wie Sie ja auch schon gesagt haben, junge Männer aus prekären Verhältnissen, vielleicht mit Gewalterfahrung, ohne Perspektive, dass das natürlich ein schwieriges Klientel ist. Da darf man auch nicht drum herumreden. Und ich wäre auch völlig dagegen, wenn jetzt Medien das verschweigen würden. Ich kann das allerdings auch nicht erkennen. Ich wehre mich nur, und das tue ich bis heute, und ganz eindeutig gegen eine pauschale Verunglimpfung, zu behaupten, die Ausländer, die da kämen, seien alle kriminell. Und das ist das, wogegen ich ganz Klarstellung bezogen habe. Ja, das ist ja auch die Diskussion, die Sie anstoßen wollen mit der Sendung. Aber ich glaube, das haben wir auch jetzt deutlich gemacht. Von daher danke ich Ihnen. Und wir nehmen die nächsten. Alles klar. Auf Wiedersehen. Hallo? Eine Frau, das ist doch mal schön. Und eine freundliche. Und eine freundliche. Ja. Weil wir tatsächlich gestern und heute nur Männer hatten bislang. Von daher freue ich mich, dass ich auch eine Frau... Das überrascht mich nicht. Ich glaube, solche Themen bewegen Männer ziemlich. Und Hassrede erwarte ich eher von Männern als von Frauen. Aber das war nicht das Thema, weshalb ich mich einwählen wollte. Ich bin US-Amerikanerin seit 18 Jahren in Deutschland und habe ganz viel Hassrede in Amerika erleben müssen, also aus der Ferne. Und wollte schon immer auf den Grund kommen, weshalb diese Hassrede, was ist der Grund oder was liegt drunter? Es steckt etwas dahinter, was Wahrhaftes ist. Und das kam zum Beispiel bei uns in Amerika eigentlich nicht wirklich ans Licht. Die Hassrede hatte sozusagen eher diese Salienz, also Salienz. Und die wahre Beweggründe, die Ängste und die Sorgen eigentlich, die da zugrunde liegen, und ich bin Psychologin, das kam nicht wirklich ans Licht. Und unter Hass steckt immer eigentlich Angst. Wie können wir es vermeiden oder wie können Sie es vermeiden? Also das ist aber kein Vorwurf. Wie können die Medien im Allgemeinen vermeiden? Dass Hassrede sozusagen einfach nur Schlagzeilen erzeugt, Aufmerksamkeit erzeugt, Hassredner verstärkt dadurch. Aber eigentlich die Beweggründe, die sie haben, die auch sehr wichtig sind, nicht besprochen werden und auch nicht ernst genommen werden. Ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Ja, also das haben wir uns ja schon viel auch gefragt und auch bemüht irgendwie immer. Wir haben auch diverse Reportagen gemacht, auch bei Panorama und haben Menschen auch befragt und sie einfach sprechen lassen, um auch so ein bisschen rauszuarbeiten. Das haben ja auch viele andere gemacht im Gespräch mit Pegida, mit AfD-Leuten. Was ist denn eigentlich das wirkliche Problem? Und ich glaube auch, das ist ja auch vielleicht heute der Versuch, dass der Dialog und das Miteinanderreden dann wahrscheinlich das ist, was uns auch gesamtgesellschaftlich dann am meisten da zusammenbringt. Vielen Dank Ihnen. Danke. So, und schon der Nächste. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Hi. Hi. Verrätst du mir, sieh mir Ihren Namen? Ja, ich bin Mati, bin 20, komme aus Berlin. Hallo, Mati. Hi. Also, ich wollte äußern, dass ich unzufrieden bin mit der politischen Berichterstattung. Und zwar, weil sie emotionalisiert wird und kaum noch über Inhalte gesprochen wird. Und man einfach mit sehr platten Methoden arbeitet. Das wird irgendwie dämonisiert und dann wird auf der einen Seite andere gut gesprochen. Und mir bleiben da die Inhalte auf der Strecke. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Berichterstattung sich so in so einer Blase bewegt. Ich glaube, das ist ein ganz logisches Phänomen auch. Aber mir ist das halt in den letzten Monaten extrem aufgefallen. Und dann auch dazu noch immer die gleichen Personen, die dann auch befragt werden. Und das ist einfach für mich keine richtig gute Berichterstattung. Und macht Sie das so wütend, dass Sie manchmal auch wütende Kommentare schreiben? Nein, das nicht. Also ich gebe halt sozusagen, also meine, also ich bleibe sachlich und halt auch sozusagen bringt halt gute Inhalte rüber. Das steht für mich im Vordergrund. Und auch dieser ganze Hass, also ich meine, im Internet sammelt sich so viel. Ich denke, es ist, ja, ich weiß nicht, ich denke, das ist eher nebensächlich. Ich glaube, dass politische Berichterstattung auch immer in Wellen geht. Und jetzt gerade sind wir natürlich im Wahlkampf. Da ist auch sowieso der Wahlkampf sowieso schon emotionalisiert. Und es hängt, glaube ich, ich glaube, es ist immer sehr schwer zu urteilen über die Medien. Ich finde, man kann, also ich gebe Ihnen recht, ich kann so Sachen finden in der politischen Berichterstattung, wo ich sage, ja, da geht es vor allem um wer, wie, was und sozusagen die ganzen Emotionen. Aber wenn ich mich informieren will, kann ich schon auch andere Sachen finden. Also ich glaube, es gibt so alles, wäre mein Gefühl. Aber ich würde noch mal einmal fragen, wenn Sie aber im Internet sind und Hasskommentare lesen, machen Sie dann irgendwas dagegen? Weil heute ist ja unser Thema so ein bisschen Hatespeech. Ja, aber es ist ja auch eine Plattform, um Ihnen das mitzuteilen. Sie sind ja auch in Politik orientiert. Hasskommentare, ich halte mich da nicht so sehr dran auf, muss ich sagen. Mich trifft es nicht persönlich und ich kann es verstehen, dass es einem das auch auffühlt, aber ich halte mich da persönlich nicht lange auf, sondern ich versuche irgendwie progressiv zu sein und auch meinen inhaltlichen Teil dazu beizutragen, zu einer guten Kultur in der Debatte. Und wenn Sie merken, dass jemand anderes irgendwie, dass irgendwie da Hass im Netz ist, versuchen Sie denn dann nicht dagegen vorzugehen? Habe ich bislang noch nicht getan. Aber wenn Sie das stört? Ich habe gesagt, also wie gesagt, ich schenke dem nicht so viel Aufmerksamkeit, weil es mir halt eher um Inhalte geht, um eine Debatte, die auch wirklich zielorientiert ist und mit den Menschen mich auseinanderzusetzen, die auch wirklich was dazu beizutragen haben. Weil ich meine, das ist für mich echt nicht wichtig, Leute, die meckern und Leute, die einfach nur sozusagen beleidigen. Das ist für mich nicht wahrzunehmen, weil das halt nicht voranbringt. Alles klar. Ich glaube, da sind wir dann auf einer Linie, weil das ist ja auch das, was wir heute versuchen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, viel Erfolg. Tschüss. Ciao. Ja, das ist natürlich interessant, dass man jetzt so über Skype eher sich gut unterhalten kann. Aber so im Netz eben dann schon. Hier die Königin Bronko Kowalski schreibt, die Königin der Arroganz und Überheblichkeit trifft auf den Pöbel, der es wagt, ihre Arbeit zu kritisieren. Tja, aber anrufen trauen Sie sich nicht, nicht anzurufen und mir das zu sagen. Komisch hat schon einer Reschke eine Vergewaltigung gewünscht. Alle wieder keine Eier ohne Troll-Account. Wir haben einen neuen, höre ich gerade. Hallo. Hallo, Frau Reschke. Robin Klaassen, mein Name. Hallo. Ich wollte Ihnen kurz einfach mal erklären, weil ich glaube, dass das so ein bisschen untergegangen ist in den letzten Monaten, was ich unter, was viele Leute und auch ich, denke ich, unter dem Begriff Lügenpresse verstehen und warum wir Sie zum Teil auch dazutreten. Ich denke, das wird Ihnen oft so dargestellt, dass die Leute irgendwie glauben, dass Angela Merkel bei Ihnen abends anruft und Ihnen sagt, was Sie dann sozusagen zu Bericht erstatten haben oder was Sie sagen dürfen, was Sie nicht sagen. Das glauben Sie? Nein, das ist, denke ich, dass Sie das eher so dargestellt haben. Ich denke, das, was eigentlich gemeint ist, ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen im Bereich des Journalismus und zwar, dass im Prinzip in den Redaktionen eigentlich nur Leute sitzen, die weitestgehend desselben Meinungswesen haben. Das heißt, eher so aus dem linksliberalen Raum statt. Und da gibt es auch noch dazu, wo man sieht, dass eine ganz überwiegende Anzahl der Journalisten SPD, Grüne oder auch die Linkspartei wären. Ich habe da beispielsweise hier Spiegel extra noch einen Tab offen. Es gibt ein Erhebungsprogramm. Aber selbst wenn es so wäre, ja? Ja. Selbst wenn es so wäre, wieso benutzen Sie dann den Begriff Lügenpresse? Das ist ein harter Begriff, ist Ihnen klar, ne? Ja, das ist mir schon klar, ja. Aber ich bin auch der Auffassung, dass der Begriff gar nicht so ungerechtfertigt ist. Doch, Lügen würde ja bedeuten, dass die Menschen lügen. Ja, es ist allerdings so, müssen Sie verstehen, Frau Rischke, dass sie von allen Haushalten finanziert werden. Und dementsprechend müssen Sie schon auch in gewisser Weise das Meinungsbild der Öffentlichkeit widersprechen. Ja, aber das ist ja eine andere Frage. Weil die Frage, wenn Sie sagen Lügenpresse, würden Sie ja sagen, all die in Ihrer Argumentation Menschen, die in den Redaktionen sitzen und Linke, Grüne und SPD wählen, würden also bewusst lügen. Das heißt, Linke, Grüne und SPD lügen oder die Leute, die so denken, lügen und die anderen lügen nicht. Lassen Sie mich vielleicht nochmal auf das Wort lügen, was ich da mit meiner eingehe. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich behaupte jetzt nicht, dass Sie sich hinstellen und bewusst irgendwie die Unwahrheit erzählen. Aber ich glaube, dass Sie zum Teil tatsächlich Fakten und bestimmte Umstände verschweigen und nicht das Wort nicht erstatten, weil Sie einfach bestimmte Dinge nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Das ist einfach ein Problem, dass man so ein einseitiges Meinungsbild für den Journalisten hat, dass Rot-Rot-Grün da sozusagen auf eine Zweidrittelmehrheit kämen. Wie gesagt, auf dieser Studie 35,5 Prozent der Journalisten würden die Grünen wählen. Und wenn dann jeder Haushalt das per Abgabe mitfinanziert über den Umfunkbeitrag, dann funktioniert das so. Ich kenne Sie einen einzigen Journalisten in Ihrer Redaktion jetzt oder bei der ARD, der sich selbstpolitisch als rechts bezeichnet. Einen einzigen. Als rechts? Ja. Was bezeichnen Sie denn als rechts? Ja, Sie sind doch diejenige, die immer gerne mit Begriffen Rassismus, Hate Speech, Hass um sich wirft. Von daher sollten Sie vielleicht auch mal... Also wir haben Beschäftigte, das kann ich sicher sagen, niemanden, der rassistisch ist. Und jemand, der rechts ist? Was ist denn rechts? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen jetzt mit rechts. Also alles, was nicht SPD, Grün und Links ist? Also wäre CDU schon rechts? Früher war das mal so, das traut die Partei sich nicht mehr, sich so zu bezeichnen, weil das ja ein Totschlagbegriff geworden ist. Aber wenn Sie wollen, dass ich es definiere, dann definiere ich rechts als patriotisch, national orientiert, überfremdungskritisch, EU-kritisch. Auch so ein Punkt, Sie verwenden beispielsweise den Propaganda-Betrieb für Europa und für die Europäische Union. Wenn Sie über die Europäische Union sprechen, dann reden Sie über Europa. Dann sagen Sie, die sind europaskeptisch oder europakritisch. Ich liebe Europa. Europa ist ein wunderbarer Kontinent und ich liebe auch die europäische Vielfalt. Aber gleichzeitig, gerade deshalb, bin ich beispielsweise gegen die Europäische Union. Das wäre zum Beispiel jetzt mal eine konkrete Anregung für Sie, dass Sie in Zukunft vielleicht noch ein bisschen stärker bei dieser Wortwahl einfach nur differenzieren können. Europäische Union und Europa, dass man das nicht immer so deckungsgleich verwendet. Denn ich denke, das ist etwas, was ich auch im eigenen Bekanntenkreis wieder höre, was halt wirklich kritisiert wird, weil das ein bisschen halt propagandamäßig wird. Ja, ich glaube, das ist auch ebenfalls ein weites Feld. Aber was Sie sagen, ist tatsächlich schwierig. Schwierig in der Berichterstattung so darzustellen. Also, was sagten Sie, vaterlandsliebend und nationalistisch und fremdenkritisch? Ja, das sehen Sie. Nationalistisch habe ich auch nicht gesagt. Da geht es schon los. Nein, ich habe mir das jetzt nicht wörtlich mitgeschrieben. Nationalliebend. Ich habe es jetzt nicht nationalstaatenliebend oder wie Sie es auch ausgedrückt haben. Und fremdenkritisch. Ich glaube, dass sich die meisten Journalisten doch auf dem Boden des Grundgesetzes befinden würden. Und das ist, glaube ich, die Karte, die für alle gilt. Ich fände es schön. Ich finde es ja toll, dass Sie mutig sind und sich hier auf so eine Aktion stellen. Ich fände es nur gut, wenn es im Programm irgendwo, irgendwie, sage ich mal, auch ein bisschen ein journalistisches Gegengewicht zu diesem linksliberalen Mainstream geben würde. Ich habe auf tagesschau.de und ich lese gerne tagesschau.de. Ich bin übrigens auch jemand, der gerne öffentlich richtige Rundfunkanbote konsumiert. Aber ich würde mich so freuen, wenn es einfach auf tagesschau.de einfach mal einen Kommentator gäbe. Da werden ja auch Kommentare veröffentlichen. Das sind ja Meinungsbeiträge, der vielleicht einfach mal nicht aus dieser linksgrünen Ecke kommt. Ich habe wirklich, ich lese seit sechs Jahren tagesschau.de praktisch täglich. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass ein Kommentar von einem Journalisten jetzt meine Meinung irgendwie wieder gespielt hätte. Und ich bin ja jetzt nicht ganz allein. Gerade seit drei Jahren, es sind viele Menschen, die so gehen will. Alles klar. Ich danke Ihnen für den Anruf. Tschüss. Tschüss. So, wir haben einen neuen User, wie ich gehört habe. Hallo. Ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut. Sie haben ja professionelles Mikro da. Ja, auch wenn ich jetzt, ach egal. Jedenfalls, ich rufe an wegen Funk. Kennen Sie Funk? Ja. Ja, für alle, die es nicht wissen, das ist das Internetangebot. Ja, ja, das weiß ich. Aber hat das jetzt was mit Hate zu tun? Weil wir ja so ein bisschen irgendwie heute schon darüber sprechen. Und zwar werde ich von diesen Leuten als einer ihrer größten Hater bezeichnet. Und die wollten mich auch zu einem Gespräch einladen, was denn letztendlich leider nicht funktioniert hat. Aber ich werde, wie gesagt, immer und immer wieder als Hater bezeichnet. Genau wie andere Leute, die dieses Format kritisieren. Insbesondere Jäger und Sammler. Es gab da auch einen offenen Brief, in dem minutiös aufgedröselt wurde, weswegen das Programm, was da von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird, mit Falschinformationen, radikal-ideologische Propaganda verbreitet. Ich muss Sie jetzt leider total unterbrechen, weil Sie mich jetzt ein bisschen überfordern, weil ich jetzt dazu nichts sagen kann, zu Ihrer Auseinandersetzung mit Funk bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Da kann ich jetzt irgendwie nicht einsteigen. Das ist, glaube ich, jetzt auch für alle anderen ein bisschen schwierig, weil Sie reden jetzt von was, von dem ich jetzt nichts weiß. Aber vielen Dank. Vielleicht setzen Sie sich nochmal mit Funk auseinander. Dankeschön. Die Frage ist ja auch immer wieder, wenn man jetzt viele Hasskommentare liest im Internet und feststellt, oh, da braut sich gerade was zusammen, wie wehrt man sich denn dagegen? Wie geht man denn um, wenn man jetzt irgendwie beschimpft wird und Beleidigungen erfahren muss? Zeigen wir Ihnen jetzt. Die Frage ist ja auch immer wieder. So, jetzt sind mittlerweile auch wieder Kommentare eingetroffen. Hier die Eva Braun vom BRD-Propagandaministerium. Ich hatte ja in meinem Kommentar, den wir sozusagen vor dieser Aktion gesetzt haben, gesagt, dass mich ein bisschen bedrückt, diese permanenten Nazi-Vergleiche und dieses locker flockige Vergleiche mit der Zeit des Nationalsozialismus, wo ich mich immer frage, ob die Leute eigentlich wissen, was sich damals abgespielt hat und ob die Leute eigentlich eine Ahnung davon haben, was es bedeutet, wenn man diese Nazi-Vergleiche zieht. Also Eva Braun würde ich zum Beispiel schon als Beleidigung bezeichnen. Und BRD-Propagandaministerium finde ich jetzt auch nicht gerade gelungen. Und ich frage mich immer, was wollt ihr damit bezwecken? Was soll da rauskommen? Was bringt das jetzt? Da kann man sowas hinschreiben und dann kann man sich toll fühlen und dann kriegt man vielleicht drei Likes, aber die Diskussion weitergebracht hat das irgendwie auch nicht, oder? Von daher hatten wir heute versucht, bei Sag's mir ins Gesicht auch so ein bisschen in die Diskussion zu kommen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie wir feststellen. Also, wenn Sie sich auch nochmal trauen, auch gerne kritisch, was zu sagen, dann rufen Sie an oder sag's mir ins Gesicht, at tagesschau.de. Ansonsten, ah, wir haben einen neuen, höre ich gerade. Dann Mannlaus. Hallo? 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 Sagen Sie mir Ihren Namen? Ja, ich bin der David. David Spangenberg. Hallo? Ja, ja, Sie können sprechen. Ich höre Sie gut. Okay. Ja, erst mal meinen Respekt, weil ich finde, gerade Panorama ist eine Sendung, die ich mir sehr gerne angucke. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich auch die Berichterstattung natürlich relativ schlecht finde im Allgemeinen. Im Allgemeinen auf Panorama bezogen oder im Allgemeinen? Nein, weil es zu wenig Sendungen gibt wie Panorama oder eben Sendungen, die aufklären und eine gute Berichterstattung machen, beispielsweise. Ich bin selber angetreten zu den Landtagswahlen als unabhängiger, parteiloser Kandidat. Und ich selber hätte mir eigentlich vorher oder ich habe mir vorher vorgestellt, naiverweise, dass wenn ich antrete, das ist ja ein großer Akt, den ich da alleine mache, Unterschriften sammeln und jede Menge Behördengänge, dass jemand darüber berichtet. Und es hat kaum jemand getan. Also ich habe vier Minuten Redezeit beim WDR bekommen. Aber haben Sie denn selber auch schon Hasskommentare mitgekriegt? Weil das ist ja heute so ein bisschen unser Thema. Hate Speech oder sich dagegen gewehrt. Ja, nein, also ich will insgesamt halt nur sagen, dass Hasskommentare auf die Medien bezogen nachvollziehbar sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wiederum auch nicht, weil jeder kann ja auch Medien werden. Also jeder kann ja selber auch anfangen zu schreiben beispielsweise oder Fotos zu machen. Und ich habe auch schon Artikel geschrieben, obwohl ich jetzt kein ausgebildeter Journalist bin, sage ich jetzt mal. Und auf diese Art und Weise fühle ich mich dann aber trotzdem auch angesprochen als Lügenpresse, weil ich ja auch Sachen dann für die Presse schon gemacht habe. Und wie fühlt sich das an, blöd? Das fühlt sich blöd an, ja. Ja, das fühlt sich blöd an. Vor allen Dingen fühlt man ja auch, dass sich das ungerecht anfühlt. Und ich selber neige dazu, dann immer Ungerechtigkeiten, die auch persönlich zu nehmen, auch wenn sie mich jetzt gar nicht selber so stark betreffen. Alles klar. Vielen Dank. Okay, bitteschön. Gut, tschüss. Wir machen das ja heute tatsächlich so, wer anruft, kommt dran. Nicht, weil gestern auch immer die Frage aufkam, ob wir irgendwie sortieren oder ob wir vorher auswählen oder bestimmte nicht ranlassen. Nein, es ist tatsächlich, wer sich meldet, kommt auch dran. Jedenfalls, wenn wir das zeitlich schaffen. Und wie ich höre, haben wir jetzt jemanden Neuen? Hallo. Ja, hallo. Mein Name ist Tom Schmidt. Und ich wollte mal ein bisschen von der Empfängerseite von Hate Speech an der Stelle auch was sagen. Weil es ist ja nun nicht so, dass mittlerweile es nur noch Redakteure oder Menschen, die in der Öffentlichkeit sind oder Profipolitiker sind, sondern das Abkriegen tut das ja jeder. Also ich habe, ich werde in Videos vom Freundeskreis Thüringen-Südniedersachsen erwähnt. Ich habe auch schon, wäre besser, wenn du vielleicht dann auch irgendwann mal tot bist. Oder komm doch mal auf einen Kaffee vorbei, nur du ganz alleine. Das ist so ein bisschen der Standard. Und aber auch da ist es natürlich genau das Gleiche. Es passiert hinter Anonymität. Es passiert, so einen Versuch, rechtliche Schritte einzuleiten, landet man relativ schnell an, Och, die haben ja irgendeinen Fake-Namen da benutzt. Und von daher, ich kann es sehr, sehr gut verstehen, wie hilflos man sich da fühlt. Weil so hilflos fühlt man sich eben ja als jeder Einzelne auch. Was ich erschreckend finde, ist, wie stark die Filterblase mittlerweile schon wieder ist. Sieht man hier an den Kommentaren auch. Sobald jemand anruft und was will, was überhaupt nichts damit zu tun hat, und Sie das dann sinnvollerweise aus dieser Sendung hier gerade rausnehmen, ist das dann wieder Zensur und alles. Von daher, ich finde es total wichtig. Ich finde das Format auch total gut. Es ist nur mittlerweile, finde ich, glaube ich, echt schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass Sie und wir anderen hier draußen, egal ob das jetzt Ich Bin Hier oder wer auch immer ist, nicht wirklich ein bisschen hier gegen Donkeyshot des Windmühlen am Kämpfen sind. Und von daher, bitte, bitte weitermachen. Und alle anderen da draußen auch bitte weitermachen. Die Klappe aufmachen. Und nicht auf das gleiche Niveau runterfallen. Und den Leuten einfach klarmachen, was sie da gerade tun, auch wenn es wehtut. Alles klar. Danke, das war ja ein interessanter Appell. Ja, das macht man sich wahrscheinlich immer gar nicht so klar. Das macht eben schon was mit einem, wenn man irgendwie, und selbst wenn es nur anonym ist, eben bedroht wird und Beleidigungen bekommt. Das ist ja auch das Ziel der Hater. Aber insgesamt in der Debatte ist es halt nicht so besonders zielführend. Wie ich höre, haben wir jemanden Neuen? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Ja, ich kann Sie hören. Gut. Sagen Sie mir Ihren Namen. Mein Name ist Antoine Richard. Erstmal Frau Reschke, ich finde es ganz toll, dass Sie diese Aktion machen. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es eigentlich die Aufgabe der Tagesschau ist. Aber immerhin besser, als wenn es niemand macht. Also ich bin auf jeden Fall kein AfDler, kein Nazi, aber mich nervte diese Nazi-Debatte richtig krass. Also ich kann das Wort Nazi schon gar nicht mehr hören, obwohl ich, wie gesagt, kein AfDler bin und auch nichts Schlimmeres. Ich war selbst auf einer Anne-Frank-Schule. Da wurde ich schon als Schüler immer mit diesem Thema belästigt, kann man sagen. In jedem Schulfach kam das vor. Und dass diese Medien, Tagesschau und Co. kommen mir schon sehr paternalistisch vor. Dieses Paternalistische ist das, was mich furchtbar aufregt. Wenn jemand von oben herab, und das wirkt dann halt leider auch sehr eingebildet, immer diese Nazi-Keule auspackt. Und das wirkt auch vollkommen unrealistisch. So viele Nazis kann es eigentlich überhaupt nicht geben in Deutschland. Aber woran machen Sie das jetzt fest? Was meinen Sie da beispielsweise, wenn jemand die Nazi-Keule auspackt? Das ist eigentlich, dass man sofort, wenn jemand irgendwo etwas weiter rechts im Spektrum steht, sofort als rechter Nazi bezeichnet wird. Das zeigt jetzt Ihre Hate-Speech-Kampagne ganz gut. Ich persönlich habe mir dieses kurze Video jetzt zweimal angeguckt, was Sie da produziert haben. Und da kommt dieser Satz vor, Migranten willkommen, wenn sie sich an die Gesetze halten. Was ist denn das für ein Quatsch? Das kann man doch so sagen. Also ich finde, dieses Hate-Speech hält die Leute davon ab, meinungsfrei sich zu äußern. Die kriegen Angst. Und in einem System, wo Angst herrscht und man denkt, kann ich das schreiben, darf ich das schreiben oder werde ich dann verklagt, da kann auch gar keine gute Diskussion mehr entstehen. Und gerade Leute, die wie Sie in der Öffentlichkeit stehen und ja auch von Steuergeldern irgendwo bezahlt werden, müssen auch einfach ein bisschen mehr... Von Gebühren, nicht von Steuergeldern. Ja, indirekt ja schon, weil der Zwangsbeitrag ist auch eine Art Steuer, auch wenn das so nicht gesagt wird. Es gibt trotzdem Gebühren. Ja, in Ordnung. Aber ich finde halt, dass Leute wie Sie sowas einfach mehr aushalten könnten. Und wenn gerade dann Leute aus der Öffentlichkeit dann irgendwelche User verklagen, dann finde ich das so peinlich. Und so, ja, also da komme ich gar nicht drauf klar, wenn ein Privatmann das macht, der gestalkt wird. Aber finden Sie jetzt, dass nur weil man in der Öffentlichkeit steht, also weil man jetzt, es ist ja auch eine Arbeit, die ich tue, ja, weil ich jetzt, ich moderiere, ich bin Journalistin, so ist es eine Arbeit wie, keine Ahnung, jede andere Arbeit auch. Finden Sie, dass ich deswegen aushalten muss, weil ich von Gebühren bezahlt werde, dass ich beschimpft und beleidigt werde? Und das darf ich denjenigen nicht anzeigen? Das kann man so absolut nicht beantworten. Sie könnten es etwas mehr aushalten. Also wenn Personen in der Öffentlichkeit dann die kleinen Leute verklagen vor Gericht wegen irgendwelchen Posts, dann finde ich das eben ziemlich lächerlich. Na gut, aber was heißt die kleinen Leute, wenn mir jetzt jemand droht, wenn mir jemand droht, mich umzubringen oder mich zu vergewaltigen, dann... Ich bin da persönlich angegangen und Angst haben müssen um ihr Leben. Dann würde ich das verstehen und dann ist es auch in Ordnung, jemanden zu verklagen. Aber einfach wegen einem Schimpfwort oder irgendeinem Nazi-Vergleich gleich zu sagen, da rufe ich jetzt meinen Anwalt an, das ist wirklich betrieben. Aber das passiert ja auch nicht. Also kann ich jetzt für mich behaupten zumindest. Ja, Claudia Roth und diese... Aber Claudia Roth, Politiker sind nicht Journalisten. Politiker, ja, nein, nicht, aber sie stehen auch in einem Bereich der Öffentlichkeit, der direkte oder indirekte Steuern finanziert wird. Und da wünsche ich mir einfach etwas mehr Demut von solchen Leuten. Ich persönlich bin keine große Berühmtheit, aber wenn ich eine wäre, würde ich ganz sicherlich nicht... Und finden Sie dann, dass zum Beispiel Lehrer und Polizisten auch das alle aushalten müssen, weil die werden auch von Steuern bezahlt? Die von mir das absolut. So absolut kann man das nicht sagen. Das muss man im Einzelfall betrachten. Ein Polizist steht ja nicht so in der Öffentlichkeit wie Sie beispielsweise. Und wie gesagt, wenn jemand Angst haben muss um Leib und Leben, kann ich es verstehen, dass man das Gesetz bemüht. Das ist auch richtig so. Aber nur wegen eines Kommentars. Da könnte man auch einfach mal sagen, hier, vergiss es. Ich vergesse es wieder. Sowas muss man aushalten. Das ist auch Teil eines politischen Prozesses. Dazu gehören eben auch Emotionen. Die muss man sich anhören. Man muss sich auch fragen, woher kommen die? Wie sind die entstanden? Und wenn man die von oben eben so wie Vaterstaat, Mutterstaat, so von oben versucht, irgendwie so belehrend mit solchen Videos so klein zu halten oder Leute sogar dazu animieren, andere zu denunzieren, also dass sie sich gegenseitig denunzieren wollen, dann sind wir in einem sozialistischen Überwachungsstaat. Oh, das ist aber ein hartes Wort am Ende. Alles klar. Da, glaube ich, sind wir nicht einer Meinung. Ich danke Ihnen aber trotzdem für die Direktheit Ihres Artenrufs. Ich glaube, dass wir ganz schön viele Kommentare einfach so von der Schulter wischen. Wir haben aber einen neuen User, wie ich sehe. Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag. Frau Rechte. Ja? Ja. Ah, ich bin auf Sendung. Ja, das ist ja aufregend hier. Also, was mir aufgefallen ist. Verraten Sie mir doch Ihren Namen. Ja, das verrate ich gerne. Mein Name ist Ben Mesutsch. Ich komme aus Koblenz, bin in Deutschland geboren und habe in meiner Schulzeit ungefähr dreimal über verschiedene Lehrer wirklich alles erfahren, was man als Schüler zu den Zeiten 33 bis 45 erfahren kann. Das ist schon sehr prägend. Also, ich muss sagen, da ist auch vielleicht deswegen Unmut entstanden. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass die Tagesschau und die Tagesthemen immer mehr zu einem moderierenden Format übergegangen sind. Also, es werden sehr stark auch Meinungen transportiert. Und das ist dann oft, wird das wahrgenommen als Propaganda oder eben als Gefolge der Bundesregierung. Auch wenn dem nicht so ist, der Eindruck bleibt bei den vielleicht nicht ganz so weit differenziert denkenden Menschen. Haben Sie denn schon mal Kommentare geschrieben an Tagesschau und Tagesthemen? Also, oder Tagesschau.de? Also, ich lese gerne Kommentare und amüsiere mich über das breite Bild in der Bevölkerung, was es da alles gibt. Aber selber schreiben Sie nicht. Das ist mir zu albern. Um ganz ehrlich zu sein, und vielleicht muss man auch etwas toleranter mit einer reinigeren Gelassenheit rangehen. Wissen Sie, es gibt so viele schlechte Witze und die werden an Stammtischen erzählt. Und ich lache auch mal über politisch inkorrekte Witze. Und gleichzeitig erlebt man in den Medien und auch durch irgendwelche Verbände fast schon Pervertierungen in dieser Gleichstellung. Ich habe heute einen Artikel gelesen, dass am evangelischen Kirchentag Liedtexte geändert wurden, damit Mann und Frau gleichgestellt sind. Da fassen sich viele wirklich an den Kopf und bekommen die Meinung, was passiert hier eigentlich? Mehr soll noch alles irgendwie gleich berücksichtigt werden. Es gibt diese Geschichte mit, früher haben wir Fußball gespielt und die Schlechtesten, die wurden teilweise dann gar nicht mit auf den Platz gelassen. Heute muss jeder mitspielen und es wird darauf bestanden, dass alle gleichwertig sind. Das war leider nie so. Und da ist vielleicht auch ein Punkt, dass sie in ihrer Medienberichterstattung vielleicht einfach versuchen, den Job zu machen, neutral und effektiv darüber zu berichten, was ist. Und bei der Themenauswahl auch nicht immer nur der politischen Agenda folgen, sondern auch stärker mal hineinhorchen, was bewegt die Leute. Und ich glaube, die meisten fühlen sich nicht von dem, was sie empfinden, vertreten. Das versuchen sie in letzter Zeit auch durch dieses Format aufzuholen. Jawohl, aber ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie lockerer mit diesem Hate Speech um. Das ist teilweise auch ganz lustig und kreativ, was da passiert. Teilweise ist es so geschmacklos, wenn es bedrohend ist, bin ich dafür anzeigen und da darf man keine Toleranz haben. Wenn jemand mir Gewalt androht, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn jemand mal ein lockeres Fotze raushaut, ja was denn? Gut, da hat wahrscheinlich jeder eine andere Wahrnehmung. Ich finde den Begriff jetzt nicht so wahnsinnig schmeichelhaft und ich finde den auch nicht so, da fehlt mir vielleicht die rheinische Frohnatur an dieser Stelle. Genau. Ja, aber Sie wissen ja genau, das meine ich. Dieses Verspannte, das ist das, was ich... Verspannt, ja gut, das sehen Sie jetzt als Mann so, ich sehe das als Frau anders. Ich weiß nicht, ob die rheinischen Frauen auch das Wort als locker... Wenn mich jemand Pussy nennt, ist das auch nicht nett und trotzdem lache ich darüber. Wissen Sie, Sie müssen da vielleicht auch ein bisschen entspannter umgehen, wenn jeder dieses Medium Facebook und Co. nutzen kann. Dann kommen auch Leute zum Tragen, die etwas großzügiger sind mit Diffamierung, mit Beleidung. Genau, aber dann ist es ja auch meine Entscheidung, ob ich mich damit auseinandersetzen möchte oder nicht, oder? Also ich meine, ich muss mich ja jetzt nicht blöd anreden lassen. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Nein, das müssen Sie nicht. Dann schmeißen Sie ihn raus, sperren ihn oder ignorieren es. Aber gehen Sie gelassen drüber. Also ich finde, man muss da nicht immer gleich ein großes Fass aufmachen. Aber wir machen ja kein großes Fass auf, sondern es geht ja eigentlich eher darum, dass man sagt, hey, wenn wir eine Debatte haben wollen und Tagesschau.de ist eine Plattform für eine gute politische Debatte, dann kommt man nicht so wahnsinnig weit damit, wenn man sich nur gegenseitig irre, wie Sie sagen, lockere Sprüche... Die Definition von Hate Speech in Ihrem Trailer, da war so ein schön animiertes Infogreifen, was Hate Speech ist. Das sind genau die Dinge, die ich gemeint habe, sind da schon als Hate Speech definiert. Und dann sage ich, nee, da ist die Grenze viel zu niedrig gezogen. Das muss man schon vielleicht ein bisschen besser definieren. Genau, aber ich glaube, dass auch diese Definition kann ja auch jedes Medium für sich ziehen. Und die Kollegen von Social Media Team von Tagesschau.de haben halt gesagt, wir möchten gerne eine Plattform haben, auf der man gesittet miteinander umgeht, damit sich auch die Leute, die das Wort Fotze, was Sie gerade sagten, nicht so lustig finden, auch da wiederfinden würden. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren, dass jeder, kann man ja dann woanders posten, wo die Leute da irren Spaß dran haben. Absolut, Sie definieren die Regeln, Sie definieren die Regeln. Und ich habe auf meiner Facebook-Rolle ähnliche Regeln, wenn der jemand ausfallen wird, dann wird der halt sogar gleich entfreundet. Ich habe bewusst so ein drastisches Beispiel gewählt, weil ich weiß, dass Sie dabei direkt reagieren. Das ist nicht meine Sprache. Nö, hört mir das an, Sie finden es lustig, ich nicht. Aber ich glaube, da kommen wir auch heute nicht überein. Aber ich danke Ihnen für den ehrlichen Anruf. Danke. Tschüss. Tschüss. So, einen schaffen wir noch hier, oder vielleicht auch noch zwei. Hallo, guten Tag. Guten Abend, mein Name ist David Nolte, ich lebe in Göttingen. Alles klar. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut. Das ist prima. Ja, ich habe mich vorhin erst in die Sendung eingeschaltet, weil ich bis gerade erst gearbeitet habe und ich finde es sehr schön, dass es noch geklappt hat. Schönen Dank dafür. Es geht um Hasskommentare, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe da auch meine eigene Erfahrung gemacht. Ich bin berufsmäßig zwar Musiker, aber als Hobbymensch setze ich mich sehr mit der Tabakpfeife auseinander und bin also Bestandteil der internationalen Pfeifen-Community. Und es, ja, als nun Donald Trump zur Wahl kam, wurde das also vielfach kommentiert und ich habe leider Gottes über Diskussionen auf der Sachebene in dieser Community eine ganze Menge Freunde verloren. Man muss sagen, dass diese Community sehr von US-Amerikanern dominiert wird, also rein Mengenmäßig. Also das heißt, Sie haben selber auch Hasskommentare erfahren? Ja. Und wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe zunächst versucht, das auf Sachebene zu bewältigen und dem zu begegnen und als das nicht mehr möglich war, also teilweise wurde mir auch die Möglichkeit genommen, damit umzugehen, weil ich dann einfach blockiert wurde. Und dann hat man ja keine Möglichkeiten mehr zu antworten. Teilweise habe ich auch selber blockiert und gemeldet, weil das teilweise ziemlich über die Gürtellinie ging. Manchmal ist es mir aber auch gelungen, auf einer Sachebene eine Einigung zu geben. Und wenn Sie dann zurück antworten, sind Sie dann gemäßigt oder wüten Sie dann auch mal zurück? Oder schreiben Sie auch mal irgendwo einen wütenden Kommentar? Ich gebe mir Mühe, meine Wut möglichst für mich zu behalten. Also nein, ich habe Hasskommentare zurückgeschrieben. Das ist nicht mein Stil und das mag ich nicht. Okay. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen jetzt hier so ans Ende. Es ist ganz interessant, jetzt festzustellen, dass eben die meisten, die anrufen, doch freundlich sind und man ins Gespräch kommt. Das finde ich gut. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Positionen, wie man was bewerten muss. Vielleicht muss man das nochmal am Ende sagen, dass die Bewertungskriterien auch bei der Tagesschau für die Facebook-Kommentare sehr klare sind, weil sie gerne eine Diskussionskultur haben wollen, die freundlich miteinander umgeht und von daher eben vielleicht auch die Messlatte für manche zu hoch ist. Aber dann muss man sich vielleicht auf Netzwerken tummeln, wo es härter zugeht. Ich sehe jetzt gerade, hier ist nochmal jemand im Bild, halb zumindest sehe ich den Bart. Hallo? Noch einen. Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, ich hatte ein Problem damit, wie Hate Speech öfter mal mit Kritik vermengt wird und wie man versucht, Kritik als Hate Speech abzutun. Ja, das hatten wir jetzt öfter. Ich glaube, das ist falsch. Also Kritik und Hate Speech ist nicht das Gleiche und in der Tat, freie Meinungsäußerung ist immer richtig und möglich, solange sie nicht beleidigend, diffamierend, unterstellend, verhetzend und all diese Dinge wird. Das meine ich ja nicht. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine Morddrohung oder wirklich eine harte Beleidigung hat, dann ist das natürlich, könnte man das als Hate Speech bezeichnen. Ich hatte jetzt nur manchmal den Fall gesehen, bei öffentlich-rechtlichen Angeboten, dass da gesagt wurde, wir lesen jetzt ein paar Hasskommentare vor und dann wurden wirkliche Hasskommentare vorgelesen, wie ich hoffe, deine Familie stirbt und so weiter, was natürlich nicht okay ist. Und dazwischen wurde dann sachliche Kritik mit vorgelesen und das wurde so in einen Topf geworfen. Und ich fand das auch halt nicht gut, wie darauf reagiert wurde teilweise dann. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Also ich weiß nicht, ich habe auch Sachen vorgelesen, das waren immer so Beleidigungssachen. Aber es geht ja nicht nur, bei Hate Speech finde ich nicht immer nur um Beleidigung, die einen als Person betrifft, sondern Hate Speech ist auch beleidigend oder diffamierend gegenüber oder abwertend gegenüber anderen Gruppierungen einer Gesellschaft, würde ich manchmal auch das Hate Speech definieren. Das ist ja keine Frage. Ich habe das Hate Speech, dass das Rassismus und sowas, dass es nicht cool ist, das ist ja klar, aber es ging halt darum, dass oft gesagt wurde, Hate Speech ist ein großes Problem, Internet, Twitter, Facebook und sowas, da werden so böse Sachen gesagt. Und dass dann da teilweise auch gute Sachen gesagt wurden und dass ich das dann gesehen hatte, dass das von öffentlich-rechtlichen Angeboten teilweise gesagt wurde, das und das ist jetzt Hate Speech, wenn das gesagt wurde wie, ich sehe das nicht, einen Rundfunkbeiträge zu bezahlen für diese Sendung, weil ich die falsch finde. Und dann wurde direkt gesagt, ja, die Leute bei Facebook und bei Twitter, das ist ja alles Hate Speech. Okay, danke. Mir wurde im Vorgespräch gesagt, ich soll nicht zu sehr auf Funk eingehen, da ging es besonders drum, da werde ich rausgeschmissen, aber... Nee, da würde ich Sie wirklich drum bitten, weil das jetzt echt hier auch für die anderen schwierig ist. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt mit Funk auseinandersetzen, weil Funk, da können wir jetzt nichts zu sagen. Ja, das waren ja die öffentlich-rechtlichen Angebote, wo ich das am deutlichsten gesehen habe, weil die ja auch am engsten mit der Community im Internet vernetzt sind. Bei der Tagesschau lesen sie ja keine Twitter-Kommentare vor, meistens. Nee, das stimmt. Okay, ich danke Ihnen, ne? Okay, also wenn es zu Funk geht, dann soll ich ruhig sein. Gut. Na gut, tschüss. So, ich danke Ihnen für die vielen Anrufe, die es gab. Ich finde, es waren auch ein paar darunter, bei denen ich schon gemerkt habe, dass Sie wahrscheinlich auch mal wütende Kommentare schreiben. So direkt einem das ins Gesicht sagen ist schwierig. Gott sei Dank ist das schwierig. Ich glaube, man kann jetzt nur am Ende nochmal so appellieren daran. Ich finde es absolut in Ordnung unterschiedlicher Meinungszeichen. Ich finde das bereichernd für die Diskussionskultur. Ich finde es, ich persönlich nehme da auch immer was mit, wenn ich Mails oder Facebook-Kommentare lese, die mir eine andere Meinung argumentativ darlegen. Es ist nicht so, dass man das wegtut und sagt, nö, ist nicht meine Meinung, lese ich nicht. Sondern es arbeitet immer in einem, weil eine Meinung sich ja auch verändert und eine Meinung sich bildet auch durch weitere Argumentationen. Einfach gemeine, beleidigende Kommentare zu schreiben, kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, bringt nichts. Ganz grundsätzlich arbeiten auch hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch ich sind einfach Menschen, die ihre Arbeit tun und dafür manchmal gerne gelobt werden wollen vom Chef, von den Kollegen, von den Kunden sozusagen und auch manchmal Kritik abkriegen. Aber man muss sich, glaube ich, auch immer, wenn man sowas postet, vorstellen, was das bei dem anderen auslöst. Und man würde ja auch nicht, keine Ahnung, die arme Angestellte in der Post anschreien, nur weil man mit DHL nicht zufrieden ist und ihr gemeinste Sachen an den Kopf werfen. Und man würde auch nicht die Kassiererin im Supermarkt anschreien, weil einem das Nutella neulich nicht geschmeckt hat. Von daher, glaube ich, muss man so ein bisschen in der Diskussionskultur darauf achten, dass man nicht so ausfällig wird. Das nochmal so als kleinen Appell hier am Ende. Ich fand das jetzt ganz spannend und bedanke mich für Ihr reges Interesse und bin gespannt, wie dieses Format weitergeht. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020